Und dann kommt er mit der Zwischenzeit von oben. Jetzt muss er sich natürlich konzentrieren im letzten Hang. Wird er seine neue Pässe oder nicht? Das letzte Tour hat er wieder rausgewüfelt, aber es macht ihn nicht. Unter die Hände die Stöcke, unter dieser Tour ist ein Verlust. Servus, grüß dich. Ja, ich bin's wieder. Hallo, recht herzlich willkommen bei den Special Deal News. Ihr seht, ich werde schon erkannt von meinen Freunden. Es ist Freitag, es ist 12 Uhr und wir sind wieder online. Und heute, seht ihr schon, was uns erwartet, nämlich Wandern. Das Wandern ist nicht nur das Müllers Lust, sondern auch das Maxens Lust. Ja, Risi, du gefreist dich, dass ich wieder da bin. Ich bin auch glücklich, dass ich wieder in den Berg bin. Also wir haben heute einige Dinge vor. Nämlich, das erste ist, wir gehen zum Hotelier und holen uns die Tipps. Richtig, mit den Wanderschuhen. Richtig, Risi, sehr gut. Die Tipps mit den Wanderschuhen holen wir uns heute. Dann geht's weiter. Es gibt eine ganz neue, geile Funktion auf unserer Plattform. Und zum Schluss haben wir natürlich, was Risi, ein Gewinnspiel, wie immer. So, jetzt sag ich mal der Rosi, hallo. Ich hoffe, ihr begleitet uns heute. Und rauf in den Berg. Mich vermisst. Na komm her. Kennst du mich noch? Nicht, kennst du mich nie mehr? Ich bin der Max aus Wien. Ha, Rosi? Na, sie ist noch jung. Wir hatten mal was gemeinsam, aber jetzt willst du nichts mehr von mir wissen. Ich weiß, ich bin schuld, Rosi, aber du könntest dich auch mal ein bisschen bemühen, oder? Ja, du sagst immer, nein. So hat sie immer gesagt, nein. Dann gehe ich rauf zur Emma, mit der wir auch schon was gehabt haben. Emma! Emma! Geh Wort auf mich. Jetzt renne. Ich wege dich, Emma. Ist doch gescheit. Ein früheres Kind hat das Wandern so geil, hat so viel Spaß gemacht und ich weiß nicht, ich komme nicht richtig rein. Es ist ja wurscht. Weiter! Ah, süß. Also, ich muss sagen, mir tun jetzt schon langsam die Füße weh. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich mir die Schuhe nicht richtig gebunden habe. Aber auch hier kann ich Abhilfe schaffen, denn ich habe mit einer wunderschönen Hotelierin, Hotelierin, wie heißt eine weibliche Frau, die ein Hotel hat, eine wunderschöne Frau, die ein Hotel hat, die zeigt uns, wie man das richtig macht. Und nachher das so rauf und dann von oben oben. Dann können wir von oben 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 bist. Weil ich es nachher gescheit habe. Ah, hier alle. Was für ein Ausblick! Apropos Ausblick, ich habe euch am Anfang der Sendung versprochen, dass wir ein neues geiles Feature haben, nämlich wenn ihr mit eurem Handy auf specialdeal.at geht's, dann habt ihr unten einen Button, wo ihr unsere Seite eurem Startbildschirm zufügen könnt. Und wie das Ganze geht, das zeigt ich euch hier. Ja, das waren unsere Special-Team-News, ihr seht, ich bin relativ gut wieder beieinander, habe eigentlich keine Probleme, keine Beschwerden und so freue ich mich dann, warum gehst du nicht zurück mit der Kamera? Wir haben doch gesagt, super hat sich jeder, dass ich bei der bin, danke. Also, es war doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgesehen habe, aber Schwamm drüber. Ich habe euch versprochen, dass es ein Gewinnspiel gibt und natürlich löse ich das natürlich ein. So wie immer. Nämlich, dieses Mal für die Leute, die nicht so gerne Aktivität machen, haben wir eine kleine Aktivität zu verlosen, und zwar Innsbruck. Innsbruck ist eine wunderschöne Stadt und da verlosen wir zwei Nächte an alle Leute, die uns entweder liken oder den Daumen hoch geben für dieses Video. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal und ich werde mir jetzt die Pantagen anlegen, weil ich habe wirklich schwere Probleme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.